Für diese DSDS-Kandidatin zückt Maite Kelly ihre goldene CD. Goldene CD für der SDS-Pokahontas? Es ist der Moment, von dem alle DSDS-Kandidaten träumen, die Jury so umzuhauen, dass einer von ihnen die goldene CD rausrückt. Für die 25-jährige Olga wird genau dieser Traum in der sechsten Castingshow von der SDS 2021 Wirklichkeit. Ihre zweite Performance zu Riennas Mega-Hit-Diamonds berührt Maite Kelly so sehr, dass die schöne Pocahontas ohne Umwege direkt in den DSDS-Rekord nach Mykonos befördert wird. Wie überrascht Olga davon ist und natürlich ihren Mega-Auftritt zeigen wir im Video. Maite Kelly ist von der DSDS-Kandidatin verzaubert. Du bist für mich die schönste Pocahontas, die ich jemals gesehen habe. Welche Frau würde so ein Kompliment nicht zum Strahlen bringen? Doch der DSDS-Kandidatin Olga ist für Maite nicht nur äußerlich wunderschön, sondern auch innerlich. Mit ihrer gefühlvollen Stimme begeistert die 25-jährige Maite auf ganzer Linie und träumt am Ende die goldene CD ab. Auch Mike Singer hat seine goldene CD bereits vergeben, und zwar an den italienischen Powerschlumpf Vilaria De Neri.